ja ok taktik ist laden runterfallen unten klären und dann gucken wir was wir oben noch erreichen können weil ich unten geklärt habe fällt vielleicht noch etwas essen ab ok äh nein oh da sind jetzt drei drei von denen wollte ich nicht essen ist gut das kannst du gleich schon mal essen ja das gift von denen ist super nervig ich hab grad licht gemacht ein level ab für unsere verkämpferin so essen und essen und essen und hallo und 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 weg mit dir und und ja datly vapers erdmagie 30 das ist ein Thriving Spell. Okay, nett. Ein Reptilschädel, den hatte ich auch noch nicht. So, jetzt raste ich. Und überspiele das Quick Save. Und dann Federfall an, zauberbereit machen, dann geht es wieder nach oben. Erstmal Licht. Dann Federfall. Okay, ich habe mich gerade irgendwas reingeportet. Ups. Hi, Kumpels. Das heißt, ich bin nicht skilled enough. Habe ich den falschen Luftmagie-Spell ausgewählt? Nicht hier, nicht hier. So rum war das. Und du machst mal das an. Begegen... Dich... Und dieses Schleimgegner... Sollte das... Sehr effektiv sein. Okay. Wir rasten nochmal. Dann müssen wir gucken, dass wir den Schleim loswerden. Eben mit normalen Zaubern. So, du aktivierst nochmal Federfall. Habe ich mit dir noch keinen mächtigeren Feuerzauber. Spellfire Burst. Weil... Dings... Fire Burst macht... 50 bis 80 Schaden. Wie viel Fire Magic hast du? 20. Und der... Spellfire Burst, der macht 3... Also der macht... Im Augenblick nur 60 Schaden. Na, ist nicht viel. Der macht 4, also 80... Schaden in einer... Area of Effect. Oh, ich sollte das Ding mal wieder anlegen. Das sollte helfen. Sparefire Shirt und Blazing Scepter. Fire Burst und Fire... Fireball habe ich halt. Doch, Fireball, den habe ich schon. Ich habe Fireball. Warum sagt mir das keiner? Okay. Wow. Okay. Fireball ist laut. I... Kompli... Naog ist schon wieder im gelben Bereich. Wow. Oh, okay. Oh, oh, okay. So, jetzt muss ich den Kerl loswerden. Oh. Abwärts. Jetzt kann ich noch einmal rasten, bevor wahrscheinlich die oberen wieder Hunger kriegen. Also ja, ich darf wirklich nur noch vor solch harten Kämpfen essen oder bei solch harten Kämpfen, weil sonst komme ich einfach nicht klar mit der Nahrung. Jo, die beiden sind noch gerade so bei grün. Oh. Jetzt musst du als nächstes weg. So, und die machen wir mit solchem Zeug fertig. Jetzt habe ich euch zwei. Ich glaube, der Fall ist nicht mehr aktiv. Nein. Dann mach das mal bitte wieder aktiv. Okay, er hat schon wieder Hunger. Das ist, glaube ich, die falsche Krabbe gewesen. Egal. Die nehmen halt auch ziemlich langsam erst Schaden auf. Au. 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 Okay. Tops of Lich blablabla und blablabla. Kann ich wahrscheinlich wieder hier mit den Hebeln nach der richtigen Kombination suchen. Oh, cool. So, einmal durch den Emergency Exit raus. Und dann würde ich sagen, mit dem Autosave. Ich versuche es noch einmal mit dem Speichern, nachdem ich ins Mainmenü gegangen bin, Autosave geladen habe. Und falls ich jetzt gleich plötzlich weg bin, dass ihr Bescheid wisst, dass das Spiel wieder beim Speichern abgestürzt ist. Also sage ich schon mal, bis gleich.